So liebe Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Fahrradtour. Wir sind gerade aus Singen losgefahren. Wir haben einen Mitfahrer im Zweiter Trikot. Wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Fahrrad. Geiles Käppi, ne? I know. Cheers. Zu links haben wir einen kleinen Bibersee, der gemacht wurde von Bibern. Geil, ne? Also, schaut euch das mal an. Gut 8,5 bis 7. So liebe Leute, das Motto der Reise ist, weil wir sind ja die Jungs vom Rhein. Und wir haben jetzt mittlerweile den Rhein schon erreicht. Und der ist so klein, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass der später zu dem wird, was er ist. Auf jeden Fall sind wir ab jetzt offiziell auf Tour. Und jetzt geht's nach Valsutigen. Es sind noch ungefähr 29 Kilometer. Und damit war es eigentlich heute schon für den ersten Tag des Eingrubens. Ähm, jo. Ein paar Höhenmeter. Ein paar Höhenmeter waren dabei. Wunderbar. Ein paar steile Stücke. Manchmal muss man einfach absteigen, während andere nicht. Und jetzt geht's rein, liebe Leute. Oh, was für ein... so eine schöne Farbe, der auch hat. Eieieieieieie. Eieieieie. Eieieieie. Eieieieie.